Herzlich willkommen, äh wir spielen Seasgo und äh Henrik ist dabei und ich habe neue Skins für das Spiel ganz viele neue Skins wir nehmen doch direkt mal einen, was? Ja, zeigst du, gehst jetzt alle dort in der Aufwärmrunde das könnte ich tatsächlich wirklich machen so hier P90 voll schick und hier die P250, die ist sowieso voll geil äh, ich bin im Spawn ja, ich brauch nur ne Weile ich komm noch, ich hab nur ne langsame Krücke aber gleich muss ich da sein und wir haben den neuen Skins direkt eingetötet und mit der AWP gestroht, SCAR 20 ach, war die G3, SG1 so, ich bin am Spawn waaaah ja, ich bin auch am Spawn ach da, die, ach die blaue ja und jetzt hier das noch oh, das kann ich die Waffe warte, Pistole die hier oh jo jo bringt hoffentlich Glück huuuh sehr gut oh, was hast du ja, einfach mal fail so, jetzt habt ihr die beiden gesehen dann hab ich noch äh, bei den äh, hier die Eiserne Rose hab ich noch bei der MP9 bekommen ohho, Eiserne Rose nehm ich auch schon tot, äh, da kann ich direkt noch das andere zeigen äh, hier nischt äh, hier nischt stimmt, du, Bevels hab ich mir geholt hier oh, ah, wirklich archivt 4 Cent, glaub ich ja, und, äh, noch so ein paar andere kleine Sachen erst mal 50 Euro auszugeben nein, das stimmt gar nicht das war, ich hab glaube ich, äh, durch die Schlüssel 7 Euro auszugeben und durch den Rest nochmal 3 Euro und 10 Euro, ja gut, ich meine so oft, so oft wie wir das Spiel spielen du hast ja bestimmt das ganz ausgesucht auch so ne, äh, bei den Küsten nicht aber hier für die P250 schon das Deadweck, ah ne, das Deadweck hab ich bekommen äh, was hab ich mir gekauft genau, Duel, Bevels und die Glock fuck ey oh, ich wurde auch von meinem Freund angeschossen ich, was ein Arschloch hast du ihn jetzt gerne auch gekriegt? ja, in ner Küste schick was? was? oh, nicht mehr, was? oh, nicht mehr, was? was? zur Hölle oh, Mandy, oh, Mandy ich hab dir gekauft ein Handy hast du das? ne was? was? ach, verdammt und wieder genau in den Kopf reingeschlossen du bist voll stolz auf deine Waffe, oder? ja, die ist voll cool ich spiele sowieso allgemein gerne die P250 ich mag die ich mag die Standardpistole der der Antiterror einher voll gerne ja, ich nicht beide sind scheiße mit der kann man so schön spammen oh, dass sie versieht oh, dass sie versieht oh, dass sie versieht du weil sie das ist voll ja, die das ist voll und der wettbewerb und 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 Der soll entschärfen, Junge. Eigentlich sollte ich öfter mit der MP7 spielen, ich bin jetzt eigentlich auch total geil. Ich habe so einen weißen M4-Skin mit diesen orangenen Streifen, den hätte ich so gerne, aber der kostet 15 Euro aufwärts. Das kann ich erst machen, wenn ich in dem Job habe so was. Solche teuren Einkäufe. Für ingame Sachen. Ich nehme auf oder raus. In 10 Minuten. Gottes Willen, ey. Soll ich nicht rumheulen. Soll ich ins Bett? Ne, ruhig sein. Dann sprich leiser. Mach ich schon. Eine Sigurette könnte ich vertragen. Sigurette? Dann musst du runter rennen. Skiller. Ist auch klar mit der Autosniper. Ja. Hinter ihm. Und unter ihm. Entschreib es ihn. Ich habe mich verhört. Auf jeden Fall läuft bei ihnen in der Nähe einer. Ja. Ja, schaff es. Wir gehen nicht dahin. Gehen das Ende. Stoppst du. Du stirbst. Von unten. Ja, die Bombe hat dann direkt an. Wir müssen mal gewinnen. Ich brauche ein bisschen Geld. Das ist ein ganz schön makaberes Spiel. Das bringt einem Beidach. Mann fürs Menschen töten Geld kriegt. Ja, ist klar. Ne. B? Ja. Neben dir. Oh. Doof. Wenn ich reinrampen trampeln soll wie ein Idiot. Na, du trampelst immer. Ja. Weil ich nicht hin will. Und wenn er vielleicht dauert das viel länger. Aber der hat sowieso auf einen Eingang geguckt. Nein. Das ist er, meine Freunde. Der Blödingdecoi. Au! 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 um mir mal die Verhältnisse auf und durchzulegen dann was ich auf einmal in so einen Flammeninferno fangen die legen die Bombe, doll war gut was daran doll alles hier nur League of Legends da ist einer bei B.. ah, Aquards kommt einer mit A-K weiß ob er der einzige wäre ja, aber ich hab gedacht du bist grad da aber ich hab gedacht was hinter mir weil da noch einmal hin und das war noch egal oh man die, oh man die, ich hab vorgestern geklaut dein Handy nee oh nee hast du gut gemacht hör er was du bei er du wer bei Ah Gevin Pistolt die alle weg Ja mein Score, ich hab alle wieder Pistolt weggeholt Und immer wenn ich mir ein Gewehr geholt hab hab ich keinen getötet Oh jetzt hat er mir ne M4 geholt, der Assi. Kann ich mir meine Pistole nicht holen? Äh, das lernst du doch. Das lernst du mäßig. Nee, nicht die, die ich will. Das ist ne P2000, ich will aber die P250. Warum hast du den Shatern auch geholt, wenn du nicht haben willst? Hab ich doch gar nicht. Ob du Julien gekillt hast, müsstest du sowas Geld dafür locker haben. Ja, hab ich auch. Warum hast du ja nicht geholt? Ach ne, dafür hatte ich doch nicht genug Geld. Für ne normale Pistole? Nee, hatte ich nicht. Nee, hay. Loll. Oh, verdammt. Prozent Mann und Meter. Und Meter. ffff Oh man ey Meisten Kills, alle mit der Pistole, jawohl Schkiller Ich hasse diese Headshots Leute Die immer aufm Kopf ziehen, egal wo man duckt oder nicht duckt Ja du ziehst immer auf die Füße Wer macht denn so n Müll Ich zieh immer die Körpermütter Weil die immer nach oben, weil die Läufer eigentlich immer nach oben passiert Zumindest lieg bei mir auf die Körpermütter Warum liegst du in dem Moment? Ich hatte sowas Ja Ist auch so n Trampetier hier Hinter ihm kommen sie Dann schreib's doch behind you Hat er schon selber gemacht Ich bin langsam am schreiben als der am töten Töten Timed out Ja Timed out Nicht liefen Er ist ja trotzdem das Spiel verlassen Ich bin schon ein richtig Arschloch Du Ich bin langsam am Ich bin langsam am Ich bin langsam am